Hallo liebes, kann er vieles Publikum. Ich bin der Micha und heute möchte ich euch über die Geschichte von medizinischem Cannabis und dessen enge Verbindung zur LGBTQ Plus Community berichten. Yeah! Ihr wollt mich unterstützen, ohne dafür zu bezahlen? Abonnieren und die Glocke. Danke. Bevor es richtig losgeht, habe ich noch zwei Tipps für euch. Zum einen geht es um Juicy Feels, also ist kein Tipp von mir, eher eine Warnung. Die sind wieder schwerstens aktiv. Ich traue der ganzen Sache immer noch nicht, bin weiter am Recherchieren. Die Recherche hat sich allerdings als extrem aufwendig herausgestellt, so aufwendig, dass zum Beispiel die Deutsche Welle ein ganzes Team herangesetzt hat. Da einen Podcast zu veröffentlicht, den empfehle ich euch mal zu hören, wirklich sehr interessant. Und auch ein anderes Mainstream-Medium sozusagen. Da haben meine Recherchergebnisse eingeholt und ich weiß, die werden mich demnächst auch nochmal befragen und da wird ein großes Mainstream-Medium demnächst auch im TV drüber berichten. Soweit die Ansage schon mal zu Juicy Feels. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich, persönliche Meinung, würde mein Geld da auf gar keinen Fall reinstecken. Auch jetzt nicht. Anderer kleiner Tipp. Das Weiß-Magazin hat auch einen sehr geilen Podcast gemacht. Der nennt sich Grasland. Der geht um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Und ich war da Gast in der zweiten Folge. Außer mir sind noch Banks, der Cannabis-Dealer, den sie irgendwann mal leider erwischt haben irgendwie. Der Richter Müller, der Georg Wurte da. Und ja, hört euch einfach mal Grasland auf Weiß an. Auch ein sehr geiler Podcast. So, damit ich mir die Zunge nicht breche. Ja, ich weiß, es heißt eigentlich Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Plus. Ja, ich werde mich aber im Folgenden auf LGBT schränken. Jetzt aber zum Thema. Ich muss sagen, ich bin da ganz zufällig drauf gekommen. Denn wenn man das Wort schwul oder lesbisch oder auch quer im Zusammenhang mit Cannabis googelt, ist der deutschsprachige Haupttreffer wirklich die Frage, ob Kiffen schwul, lesbisch oder sonst irgendwie mache. Ja, wirklich gute Frage, nett und so. Also, da gibt es eigentlich gar keine seriöse Information zu. Ja, ich habe in Deutschland wirklich viel gesucht und habe kaum einen Artikel darüber gefunden. Deswegen habe ich übrigens bei Hawaii einen Blogbeitrag dazu verfasst. Den blende ich euch mal kurz ein. Aber ansonsten gibt es da wirklich sehr wenig Information zu diesem Thema. Und das sieht in den USA ganz anders aus. Ja, wenn man in den USA die entsprechenden Schlagwörter googelt oder halt auch in anderen Suchmaschinen sucht, bekommt man haufenweise Ergebnisse und sieht man haufenweise Publikationen, die sich doch wirklich sehr ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Und man sieht auch, besonders in den USA, ist Cannabis-Aktivismus und LGBT-Aktivismus im Prinzip, ja, die gehen dort Hand in Hand. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, die man hier in Deutschland nicht findet. Und da habe ich mich mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Also, es ist bestimmt nicht, weil unsere Anliegen nichts miteinander zu tun hätten. Es geht hier auch um Rechte von Minderheiten. Und es ist auch sicher nicht so, dass die Community nicht kifft, ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder dass alle Kiffer heterosexuell werden. Also, das ist sicher nicht so. Der Grund hierfür liegt vielmehr in der unterschiedlichen Entwicklung der LGBT-Plus und der Cannabis-Politik in Deutschland und in Kalifornien, ja. Da gibt es zeitlich ein bisschen unterschiedliche Entwicklungen und das hat damit sicher eine Menge zu tun. Da komme ich aber später zu, ja. Es hat bestimmt etwas mit den homophoben Texten innerhalb der Reggae- und der Hip-Hop-Bewegung zu tun. Weil diese beiden Musikstile, die haben ja auch, sage ich mal, die Cannabis-Bewegung, den Cannabis-Aktivismus sehr intensiv geprägt. Und wenn man da auf Partys geht, egal ob das jetzt eine Hip-Hop- oder Reggae-Party ist, ist das leider bis heute noch so, dass dort oft homophobe Texte gespielt werden oder auch ein homophobes Verhalten an den Tag gelegt wird. Und damit komme ich auch nicht klar. Und da kann ich sehr gut verstehen, wenn Menschen aus dieser Community solche Events einfach meinen. Und man sieht ja auch, die meisten Leute, die sich für Cannabis-Aktivismus engagieren, sind männlich und hetero. Ich weiß nicht unbedingt, woran es liegt. Und ich sehe das aber in den YouTube-Kommentaren. Das ist halt so. Ich finde die ganze Homophobie in der Musik ganz, ganz gruselig. Was man aber auch dazu sagen muss, in den USA zum Beispiel sind Hip-Hop und Reggae ja auch ziemlich groß. Ja, Hip-Hop sogar noch viel größer als hier. Das hat aber trotzdem nicht verhindert, dass dort Cannabis- und LGBT-Szene Hand in Hand arbeiten und teilweise sogar Demos zusammen organisieren. Jetzt habe ich euch gesagt, warum in Deutschland, warum ich glaube, dass in Deutschland da bisher sehr wenig Kontakte oder sehr wenig Synergien entstanden sind. Ich sitze hier aber eigentlich, weil ich euch erklären möchte, warum das in den USA so gut läuft mit diesen beiden, sage ich mal, Minderheiten oder großen Minderheiten. Wir müssen immer bedenken, wir reden hier nicht von gesellschaftlichen Gruppen von ein paar tausend Leuten. Das sind beides gesellschaftlich relevante Gruppen, denn wir reden hier von mehreren Millionen Menschen in Deutschland, die von Diskriminierung betroffen sind. Komm her, komm her. Mehr Cannabis-Recherche? Mehr Cannabis-Geschichte? Dann unterstützt mich doch einfach auf patreon.com slash der Micha. Vielen Dank. Um diese enge Verbindung zwischen LGBT und Cannabis-Aktivismus in den USA zu verstehen, muss man ganz, ganz viele Jahre zurückblättern. Und wenn man dann schaut in das San Francisco Anfang der 80er Jahre, Schwulenhochburg damals, Lesbenhochburg und natürlich auch Kifferhochburg. Besonders in San Francisco waren sehr viele aus der LGBT-Community, besonders schwule Männer, vom AIDS-Virus betroffen, der damals noch ganz neu war. Das war damals im Prinzip ein Todesurteil. Die meisten Infizierten sind innerhalb von wenigen Jahren oder auch nur Monaten gestorben. Und die Bay Area war halt auch eine Hochburg des Cannabis-Aktivismus. Und so hat das dann angefangen, dass sich Leute aus der LGBT-Bewegung, schwulen Aktivisten, Lesbenaktivisten hat man das damals noch genannt, auch gleichzeitig für die Legalisierung, für die Regulierung von Cannabis, damals noch nur zu medizinischen Zwecken, eingesetzt haben. Und ich möchte da, da gab es einen Haufen Leute in der Bay Area, also San Francisco Bay Area, ich möchte da aber zwei Leute exemplarisch rausstellen, die als Cannabis-Pioniere und auch als LGBT-Plus-Aktivisten in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Ich fange einfach mal mit Dennis Perron an. Der hat bereits in den 70er Jahren den damals bekanntesten Schwulen- und Lesbenaktivisten der USA, den HW Milk, unterstützt. Der HW Milk wurde dann auch in den 70er Jahren in den Senat gewählt und wurde dann Opfer eines Mordanschlages damals. Und der Dennis Perron, der ist im Prinzip vom Schwulen zum Cannabis-Aktivismus gekommen, weil sein Partner an HIV-Virus gestorben ist. Und er hat sozusagen in den letzten Lebensmonaten festgestellt, dass ihm der Cannabis-Konsum doch die Symptome extrem lindert. Und so ist Dennis Perron sozusagen vom Schwulen gleichzeitig auch zum Cannabis-Aktivisten geworden. Und da hat er auch die Mary Jane Rothborn aka Brownie Mary kennengelernt. Das war eine alte Dame aus den USA und die hat in den 1980er Jahren auch schon früh quere Cannabis-Geschichte geschrieben. Die Polizei hat dann schon 1981 bei der Brownie Mary im Haus über 8,2 Kilogramm Cannabis gefunden. Und da ist sie zu Arbeitsstunden verdannert worden. Und diese Arbeitsstunden musste sie in einer HIV-Einrichtung Abra leisten. Und da ist die Mary Jane Rothborn, Brownie Mary, ist da auf die sozusagen rauf gekommen. Durch die Arbeit mit AIDS-Patienten, dass ihre Kekse auch gegen die Symptome von HIV besonders gut helfen. Man muss dazu auch immer sagen, damals gab es noch keine antiviralen Medikamente. Damals gab es noch gar keine Medikamente gegen AIDS. Die Selbstmedikation mit Cannabis war für die AIDS-Erkrankten in den späten 80ern und frühen 1990er Jahren der letzte Ausweg. Es gab einfach nichts anderes. Dann haben Anfang der 1990er Jahre haben Brownie Mary und Perron und ihre Mitstreiterinnen angefangen, Gay-Prat-Aktivismus und Cannabis-Aktivismus miteinander zu verbinden. Und haben natürlich in der Bevölkerung auch eine große Unterstützung gefunden. Weil HIV war damals wirklich wie eine Epidemie in San Francisco. Und die Menschen haben so gemerkt, Cannabis hilft denen. Und dann gab es auch alsbald eine Abstimmung auf lokaler Ebene im Prinzip. Das war die Präposition P 1994. Und die Präposition P war das erste Regelwerk, was den medizinischen Verkauf oder den medizinischen Gebrauch von Cannabis auch irgendwie auf irgendeiner Ebene legalisiert hat. Die hat damals aber nur in San Francisco in der Bay Area gegolten. Auf Basis dieser Präposition P hat dann auch der Dennis Perron 1994 die allererste Dispensary in den USA aufgemacht. Das war der San Francisco Cannabis Buyers Club. Und das war im Prinzip die erste Abgabestelle für medizinisches Cannabis weltweit. Geführt von einem LGBT-Aktivisten. Und natürlich, wer hat die Kekse gebracht? Die Brownie Mary. Heute eine Expertenfrage für die Kommentare. Wer von euch erinnert sich noch an den ersten offen schwulen lesbischen Coffeeshop in Amsterdam? Und wie hieß der? Das schreibt ihr mir bitte unten in die Kommentare. Und der Erste des Weißen bekommt von mir ein Herzchen. Dann war medizinisches Cannabis in San Francisco im Prinzip legal. Auf eine Art, die DAA ist dann immer noch wieder eingeschritten. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die hatte da auch überhaupt keine Probleme, Kranke im Prinzip zu verfolgen. Aber nach lokalem Recht war es legal. Es gab es dann auch in San Francisco in relativ vielen Abgabestellen. Und dann haben sich Perron, Brownie Mary und die anderen Cannabis-LGBT-Aktivisten dran gemacht, das in ganz Kalifornien legalisieren zu lassen. Und dann gab es dann 1996 die Preposition 215, also Preposition 215, ein Gesetzesentwurf, eine Volksabstimmung, der zufolge Cannabis zu medizinischen Zwecken dann in ganz Kalifornien 1996 legal wurde. Also Perron und Brownie Mary haben, bevor es überhaupt AIDS-Medikamente gab, wirklich gegen das Gesetz niederschwellige Hilfe geleistet. Und wurden deshalb dann 1997 beide auch zu Grand Marshals der San Francisco Gay Pride Parade ernannt. Weil man weiß, es ist eine der größten schwulen Lesben und Transgender Paraden der Welt. Und seit dieser Zeit kämpfen in den USA im Prinzip beide Communities gemeinsam für ihre Rechte. Da sieht man im Prinzip auf jeder Cannabis-Veranstaltung haufenweise Regenbogen fahren. Und umgekehrt, auf jeder Regenbogen-Veranstaltung sieht man auch Cannabisblätter. Das finde ich cool. Was der ganzen Gemeinsamkeit ein wenig Abbruch auch getan hat, waren eben nicht nur die homophoben Texte im Hip-Hop und im Reggae. Das hat auch ein bisschen was mit der Zeitachse zu tun. Man muss nämlich bedenken, in Deutschland sind die LGBT-Plus-Rechte auf dem Papier zumindest doch relativ früh eingeführt worden. Während Cannabis bis heute sehr strafbewehrt ist, kaum entkriminalisiert, sage ich mal. Also es ist wirklich noch ein sehr nerviger Zustand. In den USA ist das ein bisschen umgekehrt. Da wurde Cannabis, wie ich eben erzählt habe, in dem ersten Bundesstaat schon 1996 zu medizinischen Zwecken legalisiert. Mittlerweile sind ein Haufen andere auch zu Freizeitzwecken gefolgt, was wir bei uns überhaupt noch nicht kennen. Dafür gibt es in den USA immer noch einzelne Bundesstaaten, die zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe nicht zulassen. Das hat zwar das Bundesverfassungsgericht in den USA gekippt, aber ich sage mal, die LGBT-Rechte, die kamen in den USA doch ein wenig später als hier bei uns in Deutschland oder als in Europa. Und die Rechte für die Cannabis-Minderheit kamen dort ein bisschen früher. Und da das in den USA eher zeitgleich sozusagen geschehen ist, gab es da natürlich auch ein paar mehr Synergieeffekte. Aber das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass ich es sehr schade finde, dass die hier bei uns im Prinzip so gut wie gar nicht vorhanden sind. Und auch wenn ich mir so die Wirtschaft angucke in der Cannabis-Branche, wenn man in Deutschland nach einer Verbindung sucht, man findet im Prinzip gar nichts. Und in den USA und auch in Kanada findet man sehr viele Cannabis-Produkte und auch Dienstleistungen, die ganz gezielt auch quere Konsumierende zugeschnitten sind. Auf der Seite von Normals zum Beispiel, dem US-Portor zum Handverband, sage ich mal, findet man 374 Cannabinoide-Empfehlungen für die LGBT-Community zum Beispiel. Auf der deutschen Seite, also beim Handverband, läuft die Suchmaschine zum Beispiel ins Leere, wenn man nach dem Thema sucht. Ja, schade, schade, ja. Ist doch gesellschaftlich relevant, würde ich mal sagen. Wir verschließen uns dem mal ein wenig, finde ich. Ein wenig sehr. Auch bei der deutschen Aids-Hilfe, ja, gibt es kein Kapitel über medizinisches Cannabis, ja. Da steht so ein, sage ich mal, so ein Standard-Kapitel über Cannabis, das könnte auch bei Marlene Mortler bei Drugcom gestanden haben oder so, ja. So ein bisschen, ja, ich sage da nichts zu, ich blende es euch einfach ein, aber auch das finde ich sehr schade, dass bei der deutschen Aids-Hilfe noch nicht mal darauf hingewiesen wird, dass sich Millionen Menschen auf der Welt mit Cannabis gegen HIV therapieren. Zumindest die Symptome lindern, ja. Auch auf dem Kölner oder auf dem Berliner CSD findet man nicht einen einzigen Themenwagen zum Thema wie zum Thema Cannabis. Ich kann euch sagen, das ist in Übersee, sehen solche Veranstaltungen ganz anders aus, ja. Jetzt möchte ich aber in der Hanfparade, ja, die hatten von 2016 bis 2018 einen Block auf dem CSD hier, also sozusagen einen Hanfblock, also großes Big-up, erster Annäherungsversuch. Und derzeit habe ich gesehen, hat in Mannheim am CSD gibt es auch einen Hanfblock. Ich finde, irgendjemand muss auch mal den ersten Schritt tun, großes Big-up an die DHV-Ortsgruppe nach Mannheim und auch an die Hanfparade, ans Hanfmuseum, dafür, dass sie da wenigstens mal die ersten Verbindungen geknüpft haben. Bisher hat keine der beiden Gruppen es geschafft, die gemeinsamen Interessen, die es zweifelsohne gibt, zu erkennen und zu benennen, ja. Ich nenne da nur mal die Kostenerstattung von Cannabis für HIV-Patienten, ja. Ja, das ist in Deutschland noch lange nicht Standard, wie ihr zum Beispiel bei Stefan seht. Stefan ist immer noch Einzelkämpfer. Da gibt es weder eine Erklärung von irgendeiner Legalize-Organisation oder von irgendeinem Legalize-Verband, noch von der Deutschen Aids-Hilfe, noch von irgendjemand anderem aus der Richtung, dass man zum Beispiel die Kostenerstattung für Cannabisblüten bei HIV mal ein bisschen vorantreibt, ja, dass es da ein bisschen mehr politischen Druck gibt. Es kann doch nicht sein, dass so Menschen wie Stefan, die sich seit 20, seit 30 Jahren erfolgreich illegal mit Cannabis therapieren, immer noch und ständig vor Gericht stehen und keine Kostenübernahme haben. Das kann doch nicht sein. Da sind nicht nur die Politiker gefragt, da sind auch beide Szenen gefragt, ja, sich mal miteinander zu vernetzen. Es gibt ja da nicht nur beim HIV-Virus-Sydergie-Effekte, ja. Ich habe in den USA schwul-lesbische Kiffer-Hotels gesehen, schwul-lesbische Coffee-Shops. Das ist eine ganz andere Nummer als hier, ja. Und ich finde es doch sehr schade, dass man sich da sozusagen bisher noch überhaupt nicht kennengelernt hat. Ach übrigens, wenn ihr mehr zu Stefan und seiner HIV-Therapie erfahren wollt, aktuelle Stand. Ich habe ja neulich eine Folge dazu gemacht und die ist eigentlich auch noch ganz aktuell. Guckt es euch doch einfach mal an. Ja, ich habe meinen Prozess gewonnen. Kannst du jetzt Wied aus der Apotheke holen, medizinisches Cannabis? Schön wert. Leider kann ich mir immer noch kein Wied aus der Apotheke holen, weil die Krankenkasse in Berufung gegangen ist. Hier in Deutschland wäre es sogar viel unkomplizierter, gemeinsame Netzwerke zu bilden als in den USA zum Beispiel. Denn anders als in den USA geht es hier bei beiden Themen um Bundespolitik, ja. In den USA ist Cannabis-Politik teilweise Landespolitik. LGBT-Politik ist zum kleinen Teil Landes, zum größten Teil Bundespolitik. Aber da ist die Vernetzung auf politischer Ebene schon ein wenig schwerer. Wir reden hier von bundespolitischen Anliegen, ja. Gesetze, die die LGBT-Community betreffen, gelten bundesweit. Solche, die Cannabis betreffen, auch. Ah ja, und übrigens, man muss nicht schwul sein, um sich für LGBT-Plus-Rechte einzusetzen, ja. Ich möchte ja auch nicht, dass mein Nachbar in den Knast kommt, weil er kifft, ja. Oder weil er schwul ist, ja. Aus beiden Gründen sollte mein Nachbar nicht in den Knast kommen. Und zweitens profitieren wir von beiden Anliegen gesamtgesellschaftlich, ja. Wenn die Stigmatisierung endlich aufhört, wenn Kiffer, Schwule, Lesben, Quereleute nicht mehr diskriminiert werden. Ja, und was sollten wir daraus lernen? Was sollte besonders unsere Wirtschaft auch daraus lernen, ja? Unsere Wirtschaft hat ja die LGBT-Community schon sehr lange im Visier, ja. Es gibt da durchaus ganz viele zugeschnittene Angebote auf die, ja. Und jetzt fängt sie ja auch gerade an, den kanafinen Teil der Bevölkerung ins Visier zu nehmen, ja. Das ist ja noch etwas jünger, aber das haben alle von euch auch schon gemerkt, ja. Auch die freie Wirtschaft sitzt in den Startlöchern und fängt jetzt schon an, sich zu positionieren. Es winkt ja auch ein Markt mit Milliarden Umsätzen. Das heißt, wir haben dann zwei Märkte mit Milliarden Umsätzen. Und deswegen frage ich mich, warum gibt es auf dem CSD nicht mal einen DHV-Wagen? Das wäre doch mal ein schöner erster Ansatz, ja. Beide Szenen sind sehr Aktivismus erfahren, ja. Und da kann man sicher auch viel voneinander lernen. Und wir sollten doch nicht so blöde sein und uns weiterhin ignorieren, statt wie in den USA die Kräfte zu bündeln. Kurz zusammengefasst, in Amerika gibt es halt eine riesige Synergie, ja. Da gibt es sehr viel Zusammenarbeit. In Deutschland ist das absolut null im Prinzip bisher. Und ich finde, da können, da sollten, da müssen wir was ändern. So, das war es dann aber auch schon fast für heute. Ich hoffe, euch hat die Recherche wieder gut gefallen. Vergesst nicht, mich auf Instagram, der Michael mit einer 3. Oder Facebook, Michael Knot, ab und zu mal zu besuchen. Unterstützt mich auf Patreon. Treibt sich zu dolle. Ich wünsche euch noch ein ganz gechilltes Wochenende. Bis spätestens in zwei Wochen hier auf diesem Kanal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.